Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Eternal Zylinder. Wir tröten mal die Schnecke an, aber das bockt die Schnecke keinen Meter. So, ich würde sagen, wir gucken mal. Äh, Freunde, kommt ihr? Yay, yay. Oh. Äh, okay, was zum Teufel bist denn du bitte? Okay, das ist ja irre. Ähm, so, jetzt muss ich mal gucken, wer ist denn der neue Freund hier eigentlich? Er ist der Neueste, er ist das schwächste Mitglied und deswegen darf er auch die Gruppe führen. Weil er kann ja gar nichts, ne? Und das ist auch okay, weil er ist ja, wie gesagt, der neueste Member hier. Und er soll erstmal ein bisschen hier leben. Käfer saugen. Ja, juhu, ich freue mich auch. Ähm, kommt mal mit. Wir brauchen eigentlich noch so eine Fliege, damit auch der Letzte hier springen kann, ne? Hätte ich gesagt. Okay, ja, oh, er saugt alles ab. Er ist Vorwerk. Er ist Mitarbeiter bei Vorwerk. So, Glitzi und Spritzi, kommt hier. Wir gehen mal hier gucken, weil... Oh, was ist das da oben? Oh, warte, ich will, ich will hier, ich will hier tröten. Ah ja, wie geil. So, warte. Disco Fever, Disco Disco. Oh, 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 oh. Blub. Ah, wie. Ist das geil, oder? Jetzt habe ich schon zwei Disco Kugeln. Cool. Okay, wir wechseln aber wieder auf das schwächste Mitglied. Hm, interessiert die Schnecke. Okay. Okay. Das ist ja cool. So, kann einer von euch das Ding da noch aufsagen? Komm, wir gehen mal da rein. Da ist so ein... Oh, der ist angefressen, ne? Kommt rein, bevor der reinkommt. Ist das geil, oder? Die drei. Es tut mir echt leid, ich finde die Glitzis so lustig. So, wir gehen wieder aufs schwächste... Schwächste Mitglied? Höhle des Ältesten betreten. Ah ja, das machen wir, oder? Ich finde das Spiel eigentlich echt saumäßig hübsch. Guck dir die an, die freuen sich mal. Okay, die Höhle des Ältesten. Ah ja. Okay, was ist das hier? Okay. Ja, das haben wir schon gemacht. Danke. Sie werden es immer irgendwie schaffen. Oh, da habe ich aber irgendwie ein ganz schlechtes, mieses Gefühl. Muss ich sagen. Okay, wir wechseln mal auf den mit den Beinen hier. Oh, guck mal, hier gibt es Glitzerstaub. Geil, den will ich. Und auch alles andere will ich. Wo ist denn der mit dem großen Rucksack? Jo, komm schon, ich sauge alles ein. So, lass uns mal hier die fünf vernaschen. Und die... Das können wir auch alles vernaschen. Ah ja, die trinken auch automatisch. Okay, cool. Das finde ich ja... Wo sind wir hier gelandet? Hey. Ähm... Okay. Wir gucken uns erst mal um. Komm, saug alles ein, Leute. Alles muss mit. Zack. Vorwerk lässt grüßen. So. Interagieren. Ja, mach. Somehow, this ancient statue transferred knowledge to the Trevor. Das in der Nähe bestimmter alter Trebam-Bauten gefunden wurde. Höchstwahrscheinlich künstlichen Ursprungs. Was haben wir hier? Ah, man kann hier... Wie kommt man denn da rein? Mit Kuh. Okay. Ah, guck mal. Es gibt hier Glühwurzsteinfrucht. Na, ist ein bisschen Weihnachtsmarkt-like, ne? Glühwurz. Ist empfindlich gegenüber Sonnlicht und wächst nur in schattigen Umgegungen. Besonders in Höhlen. In absoluter Dunger kann sie jedoch nicht gedeihen. Ihre fleischige Frucht enthält einen einzelnen harten Samen. Mhm. Gewährt dir Nahrung. Basis einer jeden Perle. Eines Muschel-Grolux. Ah, so heißen die eigentlich. Mhm. Okay, die Liste ist schon echt lang. Was haben wir schon alles eingesammelt? Die da brauchen wir nochmal, ne? Oder? Nee. Doch, das da brauchen wir. Die Sprungbeine. Ja. Den Hofop... Geil brauchen wir. Geil. Inventar. Ah, hier kann man jetzt alles... Was, ne Sackfliege? Leid aber. Okay, ne Sackfliege. Ah, es gibt auch ne Map. Guck mal, hier sind wir jetzt. Das sind die beiden Tower und dahinter ist wahrscheinlich der Zylinderjohn. Ziele. Mhm. Ja, okay. Drehbüms folgen. Gruppenführer, harte Schale. Wohin jetzt? Okay, ja, cool. Okay. It was as if a memory had been stored inside it, waiting for someone to absorb it. And as soon as this knowledge had entered their minds, the Trebham realized that there was a great library of information hidden away in the web of their memories. But why was the knowledge of a specific ingredient placed here in this Trebham made of stone? Okay, die scheinen sehr intelligent zu sein, diese Wesen. Bin ich gespannt, ob wir dem gerecht werden. Da ist oben noch so eins. Was macht der? Wasserspritzen. Ich bin voll, ich muss absessen. So, wir machen mal Platz frei, wir machen mal zwei frei. Und nun. Sechs. Äh, ermögliche es dem Trebham besondere Öffnungen an bestimmten heiligen Orten zu betreten und dort uralte Mechanismen frei zu schalten. Hey, geil. Ich bin eine. Ich bin voll die Schachtel, ne? Ah, hier wahrscheinlich. Gurumo, der Älteste. Oh, der lebt noch. Alter, so groß werden wir mal. Mega. Ey, wir beherrschen die Welt irgendwann. Der Zylinder kann uns mal im Ohr schlägen, ha? Interagieren. Der Zylinder. Der Zylinder. Es sagt, Na, das war ja jetzt unerfolgreich. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Na, hier gibt es noch so Pilzscheiß. Jungs, wollt ihr noch was einsaugen? Komm, macht mal den Vorwerk. Geil, das da will ich. Ich bin voll der Würfel. Höhle verlassen, das will ich nur nicht. Boing, boing. Ich will erst hier hin. Was ist? Wer will mal? Er hat schon wieder keinen Platz. So, jetzt aber. Ich will auch, dass er würfelig ausgeht. Komm schon. Ja, er hat noch gar keine Mutationen, weißt du? So, mal aufladen hier. Gibt es hier noch irgendwas Feines? Was ist das da für eine Höhle? Ah, von da sind wir getrunken, glaube ich, oder? Was ist? Was ist los? Leute, habt ihr Spaß? Ja, ihr seid ja halt Party, ne? Ihr macht hier Party, ey. Ich würde ja auch gern Party machen, aber ich sehe leider nicht so cool glitzermäßig aus. Sie haben meine Glitzerrohbe vergessen. Verdammt. So, okay. Ja, dann verlassen wir mal die Höhle. Aber erst holen wir uns noch das ganze Zeug hier, ne? Keine Ahnung, ob wir es brauchen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ja, für ihn brauchen wir auf jeden Fall noch kräftige Beine, weil die anderen Beinen sind schon voll fit, ne? Hey, yo. Was ist los mit dir? Du hängst da voll ab. Kannst du nicht noch irgendwas? Komm, wir machen Gruppenfoto. Gruppenfoto, Leute, komm schon. Ne, wollt ihr nicht? Ah, ich merke schon. Gut, weiter geht's. Oh, als Würfel rollt es sich aber auch nicht schlecht, ne? Dann würde ich aber wechseln, weil wenn die anderen sowieso folgen, dann würde ich... Ah, jetzt hat er seine aufgeblasene Fähigkeit verloren, ne? Damn it. Naja, gut, aber... Scheiße. Schade. Aber so gut das Spiel, oder? Ich find's gut. Oh, guck mal. Okay, ja, wo auch immer wir jetzt sind. Ich kann mal ein bisschen umgucken hier. Ist das gut. Zwei Glitzis, zwei Würfelköpfe und ein Normalo. Mach dir nichts raus. Wir machen dir auch noch zu was Besonderem. Du musst uns nur lang genug folgen, dann darfst du irgendwas einsaugen. Komm schon. Da hinten ist wahrscheinlich der Zylinder, oder? Oh, wo ist der Neue? Äh, Prost, der Rest. Der kriegt auf jeden Fall als erstes mal den Trödrüssel, ne? Oh, er hat ja auch noch keinen Trödrüssel hier. Gönn dir. Sehr gut. So, wo ist unser neuestes Mitglied? Leute, habt ihr unseren neuesten Zugang verloren? Ist nicht euer Ernst. Ah, da kommt er. Ich würde immer gern aufs schwächste Mitglied gehen, weil... Klar. Tröten kann er schon, aber ich glaube, sonst kann er halt nicht sonderlich viel. So. Wenn du die blaue Energiekuppel verlässt, die von dem von dir aktivierten Turm ausgestrahlt wird, der Zylinder der Ewigkeit erweckt Warnung. Nicht alle Türme haben denselben Schutzradius. Einige können schwächer ausfallen. Einige können schwächer ausfallen. Ah, okay. Oh, guck mal, da ist so ein Fisch. Was? Was ist das für ein Sound? Oh nein, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Oh, kommt schon, Leute. Seid ihr alle bei mir? Alle, was war das? Oh, ich... Ich werde irre. Okay, wir müssen jetzt mal... Äh, da ist ja noch so ein Ding. Oh, geil, hier. Was will der Spacken nennen? Komm, Jungs, wir müssen weg. Der Typ, der mag uns nicht. Ich hab grad so überhaupt gar keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss, ne? Ich bräuchte nochmal so Sprungbeine, wär noch geil. Ist das irgendwas zum Einsaugen? Oh nein, 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 nein. Oh, da wollte ich nicht lang. Okay, können wir auch nochmal zurückgehen eigentlich? Aha. Scheinbar nicht. Schade. Ja, Freunde, ähm, immer mir nach. Ich hab voll die Ahnung, wo es lang geht, nicht? Wir brauchen nochmal so einen Sprung. Äh, ei. Alter, wenn du nicht dieses Sprungdinge hast, bist du ja richtig aufgeschmissen. So, Wasser haben wir mal. Okay. So, Wasser haben wir mal. So, Jungs, hat jemand ne Ahnung, wo wir hinmüssen? Können wir da hin? Oh. Ähm, okay. Was? Okay. Wir suchen einen neuen Tower. Wir haben keine Zeit. Ciao. Oh, da hinten ist einer. Geil. Okay. Okay. Oh je, tut mir leid, Jungs, das war nicht so gemein. Alter, guck mal, der walzt nicht alles nieder. Guck mal. Ähm, Jungs, wir gehen rein. Alter, Falter, oder? Mal ohne Witz. Uiuiuiuiuiui. Okay, schön. Oh, was ist das? Vier? Was ist das jetzt für eine Mutation? Wasserverbreiter. Die Mutation Wasserverbreiter verarbeitet unentwegt Zutaten von den Inventarplätzen und verwandelt sie in Wasser. Bedenke jedoch, dass dabei keine Nährstoffe extrahiert werden. Achte darauf, dass du mit diesem Trebam absorbierst, denn dein Körper verarbeitet automatisch alle organischen Zutaten, die in ihm gelagert werden. Okay. Okay, ja, das ist natürlich schwierig. Voller Herdbänger jetzt. Yeah, yeah, yeah. Chica, chica, yeah. Eigentlich wären wir Froschbeine mal recht. Hey, finden wir noch irgendwo Froschbeine? Das heißt, egal was er einsaugt, er generiert Wasser. Ja, stimmt, guck mal. Okay, krass. Oha, die Pyramide sagt uns, wo wir hin müssen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Aber ich würde sagen, wir switchen mal die Folge. The Trebam found themselves almost as lost as they had been in the beginning. But the voice and their memories comforted them. It was only natural to be confused, it said. They had been born into a strange, broken world, cut off from the history of their ancestors. Everyone was a little lost these days. Ja, und mit diesen Worten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn wir hier, ja, dieses Ungetüm erforschen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Bleibt mir einig gesund. Bis gleich. Ciao.